Ja, heute hatte ich einen Rundruf gestartet und die anderen Parteien, wir beraten ja im Moment Teile von Teile oder Einzelmitglieder, leider noch nicht ganze Parteien, sondern wir beraten Teile von FRAG-Partei, die Basis, wir2020.de. Und nicht mehr wir 2020 EU, denen wir ja jegliche Unterstützung für endgültig entzogen haben, aufgrund des Lügen-Hetzschrift-Skandales, siehe unten. Und wir haben jetzt einfach mal die anderen kleinen Parteien angerufen, soweit sie telefonisch erreichbar waren, sehr gute Gespräche und viele dieser Parteien erwägen jetzt und diskutieren, beginnen jetzt da intern zu diskutieren, Weil am Ende braucht es ja nur entweder ein Parteienbündnis oder eine einzige Partei, die sagt, wir wollen diese 56% Wählerstimmen der Next Scientists for Future, die diese als Potenzial haben, auch gerne auf unsere Partei übertragen, indem wir deren vernünftige, bodenständige, realistische, naturwissenschaftliche, linke Positionen übernehmen, einfach weil die einfach unsere Ideale eben realpolitisch erreichen können. Dabei muss vielleicht der eine oder andere Traum geopfert werden, der in einer solchen Kleinpartei oder Neupartei geträumt wird, der aber nicht realisierbar ist und so weiter. Denn wir sind ja eben sehr bodenständig, sehr realistisch orientiert. Und hier unten rechts an dem rundlichen Ding, wie immer mindestens Mindestgeschwindigkeit 1,5 einstellen bei allen Sendungen, nicht nur bei unseren. Ja, und deswegen zeige ich mal, was ist eigentlich der Wesenskern unseres Reformierens. Ja, also ich gehe mal, gucke mal auf der Homepage, ob ich das da nicht finde irgendwie, ja, sozusagen hier nextscientistsforfuture.de, wie immer, ja. Und dann gucken wir doch mal sozusagen, ja, erst mal der Hinweis hier, können Sie noch mal in Ruhe nachlesen. Sie können ja immer nachlesen, indem Sie die Homepage stillstellen, also das Video stillstellen, die Sendung stillstellen, dann können Sie alles in Ruhe lesen. Ja, also hier wird also noch mal erwähnt, wir sind quasi die geistigen Nachfolger und ich bin ja auch ein Direkter, ich verstehe mich als direkten Schüler des weltweit wichtigsten Denkers, Professor Richard Dawkins, ja. Und wir sind, der Weltrat insgesamt ist dessen Weiterentwicklung, geht weit, hat ihn, geht noch mal 20 Jahre, 30 Jahre vor Dawkins voraus. Dann kann man hier anklicken, Wählerinnenkommentare, da findet man dann also sozusagen die begeisterten Kommentare und das neueste Experiment, wie die Gesundheitsreform der nextscientistsforfuture viel mehr, x-fach mehr Wählerbegeisterung ausgelöst hat, als ein Neuparteien-Vorentwurf für die Gesundheitsreform. Ja, also da können Sie lesen Kommentare, die Sie zu Ihren bisherigen Programmen niemals bekommen werden, ja. Weil das einfach, ohne 50 Jahre Naturwissenschaft kriegen Sie solche positiven Kommentare einfach nicht. Das geht nicht. Und entsprechend kriegen Sie auch nicht diese Zahl an Wählerstimmen, ne. Dann kann man hier so reinklicken, ich klicke es jetzt nicht an, weil YouTube ist immer ein bisschen schwer verträglich für, da können Sie also auf YouTube, mittlerweile hat die Talkrunde, also unsere große Talkrunde mit unserem Professor Mertens und mit mir als ehrenamtlichen Assistenten beim großen Wirtschaftsmagazin Österreich sozusagen, die hat mittlerweile, ich glaube, geht Richtung 6000 Klicks, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wenn man die ganzen verschiedenen Wiederveröffentlichungen und neu, wie sagt man, Wiederholungssendungen sozusagen sich anschaut. Dann hier bei Live-Ticker-Wahlen, da kann man auch wieder, da kommt man direkt auf dieses Grundkonzept hier auch, man kann alles erfahren über die Lage mit den Parteien. Und da müsste man jetzt eigentlich noch eintragen, aber gut, das müsste jetzt hier neu eingetragen und werden unter Live-Ticker-Wahlen zum Beispiel. Gerade hat der SWR-Fernsehen die Neupartei Die Basis fertig gemacht und kaputt gemacht mit einem Bericht über den Landesvorsitzenden Baum. Und was bleibt bei den Wählern hängen? Die unzulässige Assoziation, denn eigentlich kämpft, also die Basis hat eigentlich Probleme nur mit einer Sache, mit Linksradikalität. Mit einer gewissen Elitenfeindlichkeit, die eher linksradikal ist, also eher so der Glaube. Also die Amateure und die Laien, die Amateurexperten und die Laien-Experten, die werden Wunder vollbringen. Die werden plötzlich die wundertollen Reformen hinkriegen und die Experten, ja die können ja nichts. Die Experten, die wollen wir nicht nutzen, die externen Experten, die gebildeten Experten, die studierten Experten. Das ist eher linksradikale Politik, so, ja die können ja alle nichts. Das Proletariat kann alles und die Gebildeten, die können gar nichts. Und was wurde aber gemacht mit Herrn Baum? Er wurde, es wurden drei Worte an ihn geheftet. Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Rechte. Alles nicht zutreffend, aber das bleibt hängen bei den Wählern und deswegen wird die Masse der Wähler durch dieses Video, das Video kommt ganz freundlich rüber, aber mit diesen drei Begriffen ist es ja eigentlich ein Hetz-Video gegen die Basis. Und das wird seine Wirkung entfalten. SWR-Sendung, das wird schon wirken. So wird also auch diese Neupartei wahrscheinlich dann auch wieder beschädigt. Und wie gesagt, hier oben, da findet man dann zum Beispiel den Grundgedanken, dass man sagt, rechte Basisdemokratie beginnt nicht an Lippenbekenntnissen, sondern die beginnt ausschließlich, wenn man hier optisch so vorgeht. Ja, also man schreibt keine, keine einseitigen Wahlprogramme mehr wie die Altparteien, sondern macht das in Form von Volksentscheid-Wahlprogrammen. Dann bietet man den WählerInnen fünf, drei, zwei, drei, fünf, sieben maximal vielleicht. Gestern hat ein Parteimitglied gesagt, es sind denn zehn Wahlalternativen. Zehn Vorschläge wären noch ein bisschen viel zur Auswahl für die Wähler. Das ist ein bisschen verwirrend, also sagen wir mal maximal sieben nebeneinander in einem Volksentscheid jeweils zum Beispiel zum Thema Gesundheitsreform. Hier Gesundheitsreform, hier sind nur drei Vorschläge nebeneinander gestellt. Das heißt also Volksentscheid-Wahlprogramme als der entscheidende Schlüssel, um Basisdemokratie aus dem Stadium der Lippenbekenntnisse zur realen Basisdemokratie zu werden. Denn Basisdemokratie hat nichts damit zu tun, wenn irgendwelche einseitigen Parteibasismitglieder irgendwas konsensieren, sondern wenn man das Konsensieren den WählerInnen überlässt, dann erst beginnt Basisdemokratie. Sonst ist es nichts anderes als, dass eine Parteibasis wieder versucht, die Wähler zu bevormunden und den Wählern die Wahlalternativen, die Vorschläge nicht alle offen mitzuteilen. Aber genau darin liegt die Kunst der Basisdemokratie, den Wählern die Wahl zu lassen und nicht der Parteibasis. Ja, und von daher hier, so sieht das dann optisch aus, ja, nicht das Wahlprogramm, sondern ein Volksentscheid-Wahlprogramm für den ersten Volksentscheid nach der Wahl, sodass man den Wählern signalisiert, zum ersten Mal meint es jemand ernst mit der Basisdemokratie. Und in der gestrigen Talkshow wurden ja noch vier weitere Elemente der Demokratisierung Deutschlands genannt, unsere sogenannte Machtbegrenzungs- und Demokratisierungskette. Ja, so, dann gehen wir mal hier weiter, das machen wir auch wieder zu, wo ist die Homepage? Ja, so, Kernsatz von Next Scientists for Future. Gesellschaft kann nicht funktionieren ohne starke, positive Anreize, PAs. Ja, also, ich fasse es zusammen. Seit 400.000 Jahren hofft die Menschheit darauf, dass endlich Gutes tun häufiger werden würde. Und die ganze Welt besteht nur aus schlechtes Tun. Es wird Zeit, dass wir das Gutes tun durch starke, positive Anreize gezielt belohnen, dass der Arzt endlich starke, positive Anreize, sprich Verdienstzuschüsse und alles andere bekommt, wenn er mir hilft, dass ich nie Krebs- oder Herzinfarkt bekommen kann. Dann für Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung. Und dieses Modell wird übertragen auf alle Teile der Gesellschaft. Die Polizei wird belohnt, wenn sie dafür sorgt, dass es überhaupt keine Einbrüche mehr gibt und so weiter. Also überall Belohnung für Gutes tun. Und nur so geht es, ja. Und deswegen schreibt ja auch dieser eine Kommentar eine wundervolle Seite nextscientistsforfuture.de beziehungsweise eine tolle Vision, ja. Ja, von daher, also, es geht um Gemeinwohlausrichtung der Wirtschaft, eine Umstrukturierung unserer Art zu wirtschaften, um echten System-Change, ein Gesundheitssystem ohne Gefährlichkeitsüberschätzung und Zwangsimpfung, aber dafür mit Stärkung des Immunsystems. Es geht um Postwachstum, Gemeinwohlökonomie, Degrowth, Kreislaufwirtschaft, Postpatriarchale Gesellschaft, Matriarchat, Kredel-to-Kredel, Permakultur, Butanz, Protonationalglück und den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen, ja. Ja, darum geht es, dass das endlich Realität wird. Und ich kann nur hoffen, dass eine irgendwann nicht nur Einzelteile der jeweiligen Parteien, Neuparteien und Kleinparteien, bei den Altparteien können wir nichts erreichen, weil die sind auf dem Standpunkt, wir haben doch eine große Wählerschaft, warum sollen wir auch nur das Geringste an unserem Kurs ändern? Wir werden doch schon gewählt, ja. Und deswegen muss es von den Neuparteien und den Kleinparteien kommen, die noch nicht gewählt werden, ja. Und deswegen jetzt also sozusagen, ja, bitte, liebe Neuparteien, erwägen Sie nicht nur die Annahme unserer Hilfe, sondern wenn eine Partei sich dazu durchringt und systematisch in unseren Talkshows mit uns auftritt und alles darauf konzentriert, mit uns gemeinsam an die Öffentlichkeit zu gehen, dann werden wir allen anderen Parteien grundsätzlich jede Mithilfe verwehren und allen sozusagen unser Potenzial von 56 Prozent der Wählerstimmen entziehen als Möglichkeit, denn wenn die Wähler wissen, dass die die Reformen, unsere Reformen zwar vielleicht wollen, aber doch gar nicht durchführen können und wir nur für eine dieser Kleinparteien sozusagen zur Verfügung stehen und die dann groß machen, ja, also wir legen uns erst auf eine Partei fest, wenn die gesamte Partei durch Taten und Worte und Veröffentlichungen und Teilnahmen an unseren Talkshows und so weiter jeden Tag und solange sie beweist, dass sie es ernst meint und mit uns zu kooperieren und dass sie von uns die Reformen in den Ministerien durchführen lassen möchte, denn das kann keine Partei, sie können nicht, wenn sie zehn Jahre Parteierfahrung haben, mit der ÖDP habe ich telefoniert, die ist ja auch schon älter, mit der Partei Mensch, Tierschutz und so weiter und ja, mit allen telefoniert, aber auch wenn sie 20 Jahre in der Partei sind, sie können diese Reformen nicht durchführen. Das ist viel zu schwierig für einen Laien, der nicht ungefähr mindestens 50 Jahre Wissenschaftserfahrung hat. Und deswegen ist es so, wenn wir einer Partei unsere Hilfe entziehen und uns offiziell von ihr distanzieren im Sinne, dass wir ihr nicht helfen, nicht mehr helfen, dann hat diese Partei ja keine Chance gewählt zu werden, weil die Wähler dann genau wissen, aha, die kompetenten Reformen kriege ich nur bei der anderen Partei, weil die dort sozusagen dieser Partei zur Verfügung stehen. Aber vorübergehend gilt, bis wir da Neueres hören, bis jetzt gilt im Moment nur die Basis wählen, weil die als einzige Relevante in Baden-Württemberg zur Wahl steht und ich hoffe, dass noch mehr Teile von die Basis sich von uns helfen lassen. Bis jetzt sind es ja nur kleine Teile. Also, ja, das war es eigentlich schon wieder. Tschüssi, bis bald. Und da, so.